Ich höre voll die Joysticks vor so Kinder, richtig schwitzen, alle sind ja am schwitzen Freunde, das Turnier beginnt offiziell jetzt! Let's go! Let's go! Ja, ne? Jetzt fahren wir uns so in die Runde. 100 Euro! Have fun, good luck, guys! Sander gewinnt Ich bin jetzt auch ruhig, weil ich mich konzentrieren will Ich glaube, wir sind da mit drei Leuten, die irgendwo runtergefahren können Na ja, auf Gangway Wo macht jetzt ich diesen? Hahahaha Oh nein, der blickt Oh nein, der blickt Oh nein Snipe Ähm, fuck Aua Oh, ich trau mich nicht hier ab, als wir es gehen Kommt eh noch eine von Blau, ich weiß nicht Oh mein Gott Der Schutzgebote Das war's Komplett Oh, Gott Ahh, die Joysticks knatschen, alle am schwitzen Keiner sagt was Sche**banane, ey humm Oh uh Oh wie gesagt, ich frag mich nur ein Schicksalsschlag Scheiße, das war geil, aufgeregt, alles. Vor allem ist das so ruhig. Nein, aua! Nein! Oh, ich hätte einen Ritz, wie geil! Äh, steh mal nicht. Oh! Aja, wie will sie weggehen! My life, oh ja. Machen wir da, nein! Wollen wir für einen blauen? Nee, nee, ach Leute! Ey! Hau, sie gucken jetzt wie! Auf den vierten blauen bekommen! Mann, ich kann nicht mehr fahren! Scheiße! Ah! Der Sander kommt! Aua! Ja, ist der Schlag! Ja! Ah, nein! Ja! Da ist zwölf dahinter mir, Alter! Eine rote? Ah, der Bombe. Ah, kein Alter bekommen. Puh! Holy Macaroni, Alter! Was für eine Runde! Scheiße! Digga! Puh! Oh Mann, Mann, Mann! So, wie sind die Platzierungen jetzt hier? Was ist hier los? Johnny? Sander? Okay! Ich muss aber zugeben, Sander ist echt ein fortgeschrittener Spieler! Ich habe ihn ja schon von vorherigen Zeit... Du bist ja immer ab und zu bei mir in der Lobby gewesen, ne? Ja! Ja! Angespannt, Digga! Genau! Ich habe hier einen Money Cup dabei, würde ich sagen! Mit Zuschauern, oder? Mhm! Jawohl! Und dann bin ich da dran! Ja! Oh! Ich glaube, sollte mich jemand runterziehen! Right! Okay, da ist autobus. In der Fall. Ah, er hat den Stunt nicht bekommen. Ich krieg die Kretze an meiner Jogtum. Ah, ich hab ein Feuer. Ja. Ah, geh weg. Du Hurtraum. Oh, Mann. Oh, ich hab fast einen Fehler gemacht. Oh, scheiß Banane. Also anrückt auf einem Haufen, ey. Oh, Mann. Geh, wird man so hart, geh. Ja, aber alle wollen den Oni, Digga. Ja, das ist ein schön Schicksal, schon, das wäre nice. Oh, Mann. Blauer, wer ist Erster? Schade, Mann. Ich denke. Ja. Einde für den Ersten. Hey, was ist das denn die Fotze? Oh, Mann. Frisst den Wuberang. Da wird schlauert bei mir mal ein Stern. Ey, ich könnte ausrasten. Oh, ja, 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 ja. Geht's weg. Die Runde ist ja richtig abkram. Das war mies. Komm, nochmal. Kommt der denn her, Fetzer? Sieg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, hab ich echt nicht. Oh, blablabla. Oh, blablabla. Sander 8er, Digga. Intensiv, Digga. Intensiv. Du brauchst so einen Kommentator eigentlich noch hier, Digga. Puh. Scheiße. Geh, geh, Jungs. Die Marcel sind irgendwie am schlechtesten. Die Marcel sind alle Letzter. Wo Letzter war ich? Ey, Lacki. Lass mal ein Babywort wählen. Ja, da wird's richtig. Aua, Jungs, euer Ernst? Ne, die Strecke kommt dran. Intensiv, Siv. Oh, lol. Richtig gut. Ja, so ein bisschen ist aber auch, da gibt's auch, einige fahren die Strecke echt falsch, muss ich sagen, aber... Okay. Wie kann man denn die Strecke eigentlich falsch fahren? Ja, die A-Linie und sowas, Digga. Okay, hier braucht man einfach nur gute Items und dann hat man gewonnen. Rakete und Stern. Ja, bis man das hat. Aua. Alles eine Frage des Spiels. Wenn man erst mal überhaupt ein Item bekommt, ey. So, wartest du die Items in diesem Game? Nur auf der Wii U. Ja, da kannst du geil feierhoppen, ne? In den Dings. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So, jetzt kommt... Ah, er klaut mir die Pilze, Mann! Die brauche ich doch nie die Runde, Mann! So, ich bin elfter, geil ist Ding, ne? Gehau so, gut. Mann, ich bin das erste Mal zweiter, oh yeah. Ah, gefällt euch das, eine von blauen? Ah, nein! Blau. Ja, ja, schöne Acht. Na, wir hatten deine Rakete, hm? Oh, direkt Bombe. Doch nicht. Oh, das ist ein Geficke hier, ne? Oh nein! Aua, aua! Hier oben rein. Nein, die Hupe! Ja, das war ich. Danke, danke. Oh nein! Nein! Entschuldigung! 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 Ja, 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 ja! Ich bin zielter oder sowas, oder? Doch, ich kann es nicht. Du bist zum ersten! Zum ersten! Ich kann es so auslesen! Oh, nein! Das war eine richtige Müllrunde! Das war eine richtige Müllrunde! Thunders Erster, Digga! Das war eine richtige Müllrunde! Aber im Endeffekt bin ich jetzt Erster, weil die vorherige Runde zählt ja nicht, ne? Das müssen wir kurz mal erwähnen! Also nicht, dass die Leute denken so... Ja, stimmt! Genau, die müssen wir abziehen, die Punkte! Okay, Leute, Konzentration! Jo! Na, ein kleines Item! Ja, moin! Voll gegen die Glocke! Ach, Uwe, nimm mir doch nicht das Item weg! Hm! Auch die rote! War nicht für mich! Super! Ich fliege fast auf dir drauf! Snipe! Oh! Gesnipe! Nochmal gesnipe! Was ist denn hier los? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja! Nein! Nein! Uwe, das Erster! Was wäre eine Blower? Nee, gar nicht! Ich bin ganz oft konzentriert hier! Ja, der ist übrigens! Kennst du Leute? Ja! Ich will dich 100€ haben! Ja! Ja! Ich habe so lange kein Item mehr bekommen, ey! Alles wird mir weggenommen, ey! Ich muss mich ohne Item durchkämpfen, ja, ey! Mann, ey! Ah! Nimm dir doch die Banane raus, du Püppel, alter! Ey, ich drehe durch, Digga! Ich fahre da runter! Ey, man, ich bekomme nur... Schieß die rote ab, Junge! Nein! Aua! Oh! Fall ich runter, ich glaub's nicht! Eine! Ah! Falsch gedriftet! Ich bin so blöde, Digga! Oh! Habt ihr das gesehen? Neun! Aber egal! Puh! Sander, Digga! Ist neunter! Paul! Hallo! Ich kann ihn nicht mehr hören! Paul! Hallo! 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 Hey! Ah! Der Drift! Der Drift! Der Drift am Ende hat mich kurz gefickt! Aber egal, Freunde! Good game! Können wir zwei oder drei Runden machen auf der ganzen Strecke! Puh! Gut, Claudine! Die war früher drei Runde lang auf dem N64! Ja! Oh Gott! Und auch ziemlich lang! Was ist das Länge wie jetzt? Nur drei Runden! Langweilig irgendwie, ja! Aber die Musik war schön! Ja, aber... Guck, dass er plötzlich zuhüpft hat! Boah, was mach ich? Alec, ein Haufen, ja! Boah! 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 Was ist das hier, ey? Alle kicken ja im Weg, yeah! Oh nein! Aua! Einfach mal auf einen Krieg! Hm. Oh nein! Ich bin so ein Hurensohn! Ich hab mich selbst wettgebombt, Digga! Oh nein! Das war's komplett! Das war's komplett! Das war's komplett! Aber ich höre, ich bin nicht der Einzige, das Schwierigkeiten hat! Ach man, Aua! Oh mein Gott, ey! Ja, ein Stern natürlich hat das Stern ver... Verpiss dich! Nein! Nein! Alter, Mann! Oh, wie Ehre, Mann! Mit dem Stern nicht gerammt! Danke! Einen für der Ersten! Von mir! Oh nein, ehrlich! Jetzt kommt bitte eine Trüte! Aua, aua! Nein! Komm, Schicksalsschlag, komm! Nein! Nein! Ach komm schon! Fahr! Fahr bitte! Fahr! Ich will Erster sein! Ich will Erster sein! Ich will Erster sein! Ja! Ja! Ja, Mann! Nein! Oh mein Gott! Hier steht für Leitstyle! Ja! Hier steht für Leitstyle! Hier steht für Leitstyle! Letzter! Total für 60 Punkte! Okay, weiter geht's! Ah, die Map! Wer da die Abkürzungen kennt, der hat gewonnen! Und ich kenn sie leider grad nicht! Ewig nicht! Echt? Ich schon! Aua, aua! Ah! Stattverpackt! Da gerade total abgelenkt! Jetzt ist man schon dabei! Ja! Ach, die Rote! 200 Spielen! Oh Gott, nein! Los nicht! Na, guck mal, wie Sonne fährt! Na, guck mal, wie Sonne fährt! Oh, nein! Oh, nein! Ich muss dich irgendwann in Zukunft noch mal gucken! Oh! Oh! Wir haben ja... Sonne hast'n erfahren, ey! Der ist schon überall Zeit drin wahrscheinlich, ne? Zeit drin? Wir machen ja nicht diesen! Pfff! Pfff! Alter! Ah, der läuft richtig bei mir! Eine für den ersten von mir, mit Liebe! Oh! Rakete! Oh! Oh! Die Rakete hat mich scheiß gemacht! Oh Gott! Was mach ich nur! Aua, aber nicht wird durchgereicht! Aua, aber nicht wird durchgereicht! Und ich mach gerade übelste Vorfehler, weil ich nach meiner Zeit ... Was für euch! Hey! Wer ist'n das? Ah! Rakete! Platz da! Ah, Sunders Erster! blau wer hat mich da weggewichst eben alter ja als ob vielleicht habe ich mal gehört eine runde noch die letzte runde oder ich war nie da müssen wir noch alle die punkte von vorhin abziehen praktisch die ersten nicht vergessen also lasst euch davon nicht täuschen die leute die konservation jungs merkt schon sander will die 100 euro hallo ich bin runtergefallen durch dämlich auch ja moin direkt durchgereicht besser so weil er auch direkt eine münze bekommen das war auch komplett und ich habe direkt kein geschenk bekommen ja der sander macht das ganz klug der haut seine rote nicht so oft kommt raus die banane einer für den ersten Nö, ne? Nö, ne? Ah, ne, 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 ne? Oh, ne, 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 ne? Uwe, ich glaub, die will was von dir. Ja, ja. Oh, das sah knapp aus. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Alten Finale. Uwe, ich bin ganz dicht dran bei ihr. Ja, doch. Eben noch erst, jetzt zwölfter. Was? Woher kommt die Bombe? Hm. Und Uwe? Bombing Uwe, Digga. Oh, Mann. Noch hin. Flying Bomber. Ich hab mich selbst gesnipet, glaub ich. Ja, natürlich. Was war das denn, Digga, für'n Fahrfehler? Ah! Ah, Mann! Scheiße! Ich hör einen grad zu, Mist. Ich hör einen grad zu, Mist. Im Halle noch rund. Ah, ich glaub's nicht. Scheiße! Das ganze Fels ist irgendwie besser noch. Bombe! Ah, nein! Ah! Einen für den ersten. Oh, lucky, ey. Glaubst du? Ah! Wie viele roten kommen hier denn noch, ey. Oh, Mann, oh! Ja! Nein! Du bist nicht mehr drin! Nee, 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 nee. Für sowas, Digga, hab ich gar keine Zeit. Ich hab's schon gemerkt, du, Hund, du. Scheiße. Natürlich kein Geschenk. Holy Moly! Ich hatte zwei, Alter. Ja, ja, ja. Aber bringt mich. Puh! Am Ende nochmal zwei roter. Puh! Hier steht der Lifestyle. Ach, ich bin Elfter gewonnen. Ich glaub's nicht mehr. Scheiße. Also wir brauchen gar nicht rechnen. Okay. Die erste Runde brauchen wir gar nicht abziehen, weil ich das Turnier einfach eiskalt gewonnen hab, Freunde. Fetzer ist Zweiter geworden, Shanda ist Dritter geworden. Auf Fetzer hatte ich gar nicht so auf dem Scher, Alter. Ich bin Fünfter. Ja, das war ein Fehler. Geil, Leute. Es war mir eine Ehre, mit euch das Game so gespielt zu haben. Das heißt, meine lieben Zuschauer da draußen und die Teilnehmer, trainiert fleißig Mario Kart. Im nächsten Turnier gibt es 200 Euro fürs Mario Kart Zocken, Leute. Absolut. Nein. Bäh. 200 Euro. In diesem Sinne 200 Euro im Pott. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.